Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern Abend ist das Gerücht aufgekommen, dass Schalke kurz in der Verpflichtung von Alex Kral steht und nun ist die ganze Geschichte auch mehr als ein Gerücht. Denn Schalke hat mittlerweile selber bestätigt, dass man den Deal abschließen möchte. Es ist richtig, dass wir die Verpflichtung von Alex Kral beabsichtigen. Eigentlich war es Überraschung für die Blau-Weißen nachgedacht, aber und dann natürlich drei Punkte mit zwei guten Smileys mit dabei. Schalke schrieb weiter, es stehen noch einige formelle Themen aus, deswegen können wir euch an dieser Stelle nicht mehr sagen. Aber natürlich ist auch klar, wenn der Verein schon sowas über die sozialen Netzwerke bestätigt, dann geht es ganz klein Richtung Transfer. Heute soll er der Tscheche seinen Medizincheck absolvieren. Sollte er diesen bestimmen, wird er sich wohl entweder heute Abend oder morgen früh auf den Weg nach Midtasel machen. Und natürlich auch dann bei der besonderen Blau-Weißen Nacht direkt mal dabei zu sein und ungefähr 1000 Schalke-Fans kennenzulernen. Und es ist natürlich auch ein sehr interessanter Deal, denn die formellen Themen sind natürlich etwas komplizierter als sonst. Denn Alex Kral darf ja für ein Jahr ablösefrei zu uns wechseln, weil er eben die Verträge von russischen Vereinen sowie ukrainischen Vereinen für ein Jahr ausgesetzt wurden und damit diese Spieler verfügbar sind. Somit leihen wir Alex Kral sozusagen für ein Jahr aus, ohne Kaufoption. Sein Vertrag dann würde bei Spartak Moskau noch ein weiteres Jahr laufen. Und wir haben ja wohl auch unter anderem RB Leipzig ausgestochen. Da muss man aber auch ehrlich sein, das liegt auch unter anderem daran, dass Kral bei seinem letzten Leihschutz-Somber West-Termin nicht zwingend überzeugen konnte. Deswegen ist RB Leipzig nicht in die Vollen gegangen, um einen Transfer abzuschließen, wodurch aber dann eben auch Ruben Schröder direkt zugegriffen hat. Und deswegen bin ich sehr zufrieden über diesen Deal, der dann wahrscheinlich heute oder morgen offiziell gemacht wird. Dass er durch einen Medizin-Check fällt, ist wohl alles andere als möglich. Also es wäre schon sehr überraschend, wenn da jetzt noch was schieflaufen sollte. Und damit hätte man dann mit Alex Kral den gesuchten Sechser vom Spielertyp her genau den, den wir benötigen. Natürlich wird auch er ein bisschen Zeit brauchen, sich jetzt wieder zu etablieren, weil er eben im vergangenen Jahr wenig gespielt hat in der Premier League. Aber mit seiner Erfahrung trotz seines jungen Alters wird das sicherlich durchaus zügig möglich sein. Und wie gesagt, der Spielertyp Kral, der passt sicherlich richtig gut in unsere Mannschaft. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anale Schalker!